Willkommen zurück zu einer neuen Folge Octo Expansion von Splatoon 2. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, Marina ist ein Octoling. Also das Gericht hat sich jetzt endlich bestätigt. Und wir holen jetzt mal im Depot B unser zweites Dingsbums ab. Ach diese kleine Seekurge. So, kriegen wir eine Waffe. Jetzt guckt man sich aus wie so ein kleiner Bahnhof hier. So, was bist du? Warte mal, das sieht aus wie, ähm, bauen wir gerade einen Mixer zusammen. So, was ist das? Ja, ich schon. Guck mal, das ist das Unterteil. Das Teil kommt da oben rein. Das ist ein Mixer, den wir hier zusammen basteln. Hier, Holzköppel. Gut, dann holen wir mal den oberen Teil vom Mixer. Oder den Deckel. Mal sehen, welchen wir zuerst finden. Ach, guck mal, wir sind schon wieder alleine. Es ist die Frage, wo suchen wir nach dem zweiten Teil? Wenn wir hier springen und schießen auf dem Weg zum Ziel. Komm, wir gucken doch mal. Wir gehen mal diese Strecke weiter. Irgendeiner dieser Abzweigungen muss ja wieder zu einem neuen Ring führen. Ich hab keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Okay, das ist so ein Teil. Ich werde auch nur einen nehmen. Oh Gott, jetzt sehe ich gerade das Problem. Ich muss, glaube ich, das Teil ertreffen, ne? Sehe ich das richtig? Warum noch mit so einer belämmernden Waffe? Ich habe keine Ahnung, welchen ich als nächstes treten muss. Okay, dann. Ich werde hier raus springen. Schatz, ich jetzt. Bist du da gemeint, net? Wahrscheinlich ist der damit gemeint. So, nochmal den ganzen Mist. Ich glaube, das war jetzt der in der Mitte. Ich werde hier raus. Ja, gut, dass der springt. Die Musik geht doch schon mal echt gut ab. Da komme ich auch nicht rauf. Damit kann nur der gemeint sein. Aber wenn man so guckt, der kommt ja auch nicht so weit. Oder muss ich über mir schießen? Der ist damit nicht weit. Also kann es nur der da sein. Okay, gut. In diesem Fall wäre es zu einfach. Oder wäre es zu einfach. Okay. 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 Das ist aber ganz schön irgendwo hoch hier. Okay, das ist das Ziel. Ahahaha. Nur so eine Zirkusnummer hier. Gut, das haben wir diesmal ohne Probleme abgeschlossen. Bringe ich eine Goldfinchkanone ins Ziel? Okay. Das klingt wie einfach ganz normaler Rangkampf. Wahrscheinlich nur ein bisschen krasser, kritischer. Wir haben uns ja schon aussuchen können, ne? Den muss ich doch sehen. Haha, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Die Aw стол spacesmuirıyorum. Wir machen noch mehr so ein Blęd. Und Darum hier dann's noch plotted. Aber der Grenzen in den Vor acceptur Coast Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, wo ist die Körperspinone? 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 Bam! Ach, das sind die Mietsrichter gewesen, ne? So, was haben wir da? Erreiche alle acht Datentransmitter. Okay. Klingt jetzt nicht so schwer. So, wahrscheinlich werde ich gleich diese Aussage bereuen. Ja, das ist dieses Schnellschuss-Ding. Pau. Okay, erreich alle drei Daten nix mehr. Hahaha, ihr Witzfreude. Ach, okay, je nachdem wie wir das machen. Ja, mhm. Okay, hab verstanden. Jetzt ist es wirst ich. Okay, das zählt also so nicht. Hm. Hm. ok der ist auch nicht mit gemeint doch nicht mit dem ich bin das ist und die die Können wir die Wand anführen? Nein, natürlich nicht. Das ist der zweite. Guck mal, wenn wir jetzt von hier so. Ach, jetzt kommen wir von hier aus nicht mehr weiter, ne? Nö. Immer noch nicht. Wir sind jetzt hier, glaub ich, durch. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der nächste? Ja. Da oben. Ja, der dreht ihn genug falsch rum. Ja. So, jetzt auch gehen. Hier kommen wir nicht durch. Kann man nicht so durchschießen. So, hier kommen wir jetzt aber an den ran. Mal überlegen. Der muss jetzt... Scheinten ja dummer falsch. Damit er auf... ...muss der auf dem Kopf stehen. So, jetzt sind wir hier. Genau. So muss das jetzt sein. Dann muss das auf der Decke sein. Aber das geht ja auch nicht. So, jetzt mal kommen. Zack. Und abgeschlossen. Mal überlegen. Mal überlegen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ja. Um... Bis zum nächsten Mal.